Hallo Leute und herzlich willkommen zum unglaublichen Let's Play von Blackoron Ulch Blackoron Ulch, ja Der neue Schlagersänger, ja den Witz hab ich schon letztes mal gebracht Er ist nicht mehr lustig, ich sollte die Klappe halten und in den Boss gehen Ok, wir sind beim Boss, das ist der dritte Boss, den wir schon machten, oder? Glaub ja Mir fällt grad auf, der Fisch ist mit Helium gefüllt Der arme, das arme Helium Und warte, da steht was, return all props So, dass du das lesen kannst Ich find's lustig, dass man hier sieht, wie alles aufgebaut ist Und ich find das ist wirklich cool Und dann da da noch alle Requisiten bitte in die Garage zurückstellen, so ein Teil Wot the Wot the fuck Oookay The Barkers Ok, jetzt müssen wir auch noch timen, es wird immer ekelhafter Wot the fuck Ja, das hatte ich auch, oh danke, du hast mich gerettet Bis Katze Wir brauchen dich eh nicht Ehhh Achtung, Granatenfall Ich glaub, wir müssen da nicht lang, oder? Oh, da ist ein Jetpack, hast du es gesehen, oder? Wo? Ach so, ja, da ist ein Jetpack Da war ein Jetpack, ja Was heißt, hier war es, ist immer noch da? Hehehe Ich glaub, das brauchen wir jetzt sogar, ne? Oh Äh, du kannst da dieses Teil weg machen, dann fällt die Katze runter, hast du es gesehen? Oh Ähm Warte, ich mach's Und 1000 Power Wo bin ich? Ach so, ich bin da oben Ach stimmt, das war ja noch auf Zeit, das fällt mir erst jetzt ein So, jetzt fällt die Katze runter und wir können das Jetpack holen Genau so Wo soll bin ich? Ah, ich bin da oben Das ist auch immer gut, wenn man keine Ahnung mehr, wo man ist Oh, ich hab's Oh, ich hab's Ich geh mir jetzt kurz umbringen, damit ich schneller da bin, aber naja, hat gut funktioniert Oh, es hat wirklich funktioniert Danke, wir haben jetzt sie getauscht Ah ne, das ist jetzt richtig ekelhaftes Timing Ich hab grad keine Ahnung, wo ich bin, warum bin ich da unten? Ach Gott, warum sind wir jetzt einfach da unten? What the? Ich glaub, wir müssen neu starten Nein, wir haben genug Zeit Ich meinst ja, wir haben wirklich noch genug Zeit Okay Laser weg Laufen Und hoch Ja egal, du hast gesehen, wie es geht Ich hab am Ende zu lange gewartet Natürlich mit Perfektion ausgeübt Gut, Laser weg Laufen Und diesmal wirklich hoch Ja Okay, ich hab's Upsi Oh ne, das wird ja immer ekelhafter Oh, das geht auch noch normalisch Also das ist wirklich grad ein Ross, weil ich hab grad keine Ahnung, wohin wir müssen, was wir machen oder Nö, ich auch nicht Oh scheiße, aber nur noch 10 Sekunden, was nicht so gut ist Das packst du, was ist ich? Okay, jetzt im Refekt Oh was Oh was Uls schafft das Uls kennt keine Zeit Oh Gott, wir müssen uns ausmachen, aber wo Fuck, das Teil muss irgendwo 2 3 3 3 3 Wir waren zu kurz vorm Aus Wir waren zu kurz vorm Aus Oh was Oh, wir sind noch nie gefailt, okay Egal, jetzt wissen wir was wir machen müssen Passt Wenn man beim Boss nicht stirbt, dann ist es kein Boss Ja Dann wär's kein einfacher Boss jedenfalls So, Zeit Intense Genius Die ist einfach wieder gleich in die Granate rein Ahhhh Wir haben doch da nen Checkpoint, warum so Breachs brought man dann auch noch da? Weil das Spiel uns nicht leiden kann Es mag keine Ulchs Es ist ein Ulch-Rassist Gleich mal zwei Frösche, weil einer reicht nicht Sag ich doch Okay, ähm Ich geh jetzt hoch und du machst hier das Jetpack-Ding, okay? Du kommst an das Wollknoll So Das ist weg Der fällt jetzt runter Passt auf die Granate noch auf Warum wurde ich grad nach rechts gezogen? So stark Keine Ahnung Das ist ja auch größer Okay Okay, ähm Mit dem Jetpack, du hast drei Schübe Versuch so lang das hier irgendwie Okay, hab's schon geschafft, nice Hast du's? Ja Ja, du hast es doch, du hast das Wollknoll Nice So, gleich mal weiter Wir sind so einiges schneller Fällt mir auf So, das da rüberschieben Das hier hier her schieben Rüber Eine Minute 16 haben wir sogar noch Teleporter Das Das jetzt wegschieben Wieder rüber Oh Oh Kein Problem Jetzt ohne Probleme Gut Gut Und das jetzt mal nicht gut war Als ob wir dafür keinen Timetail bekommen Ach ja, stimmt, ist er nur nicht ganz fertig Ja, das ist das blöd Ähm So, wir müssen das hier aktiv Nein, wir müssen nicht So Sagst du Ich lauf gerade einfach nur Ich bleib hier einfach stehen Nein Bitte, bitte, Spawn Ich bleib bei mir Ach Gott, nein Oh Wie haben wir das jetzt gemacht? Eine muss runter Okay Muss jetzt wieder aktiviert werden Ich freu mich aber Ah, ich kann jetzt Nein, kann ich nicht Kann aber das Teil da Das Teil muss aktiviert bleiben während ich da rüber laufe Äh So Uah Huh 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 Das war grad knapp Ich hab keine Ahnung wie ich hier rüber komme Ich glaub ich bin grad doof Bitte, bitte lass mich Nein Warum spawne ich hier? Da war ein scheiß Checkpoint Ah, du musst erst rüber gehen Okay, hab verstanden Also ich steh drauf Also erstmal niemand Du Du musst jetzt erstmal rüber gehen Also guck Nein, nein Falsches rüber Falsches rüber Rüber und jetzt Jetzt das Teil da drauf ziehen Genau Jetzt Aha Gut Huh Nur minimal viel Zeit verloren Ach was stimmt nicht Aber alter ich hatte grad nen ultralangen Denkprozess um das jetzt hinzubekommen Und ich war einfach nur so Huh Huh Rennen Oh mein Gott What the fuck is going on here Help Gute Frage Gute Frage Großer Anfall von What the fuck Ich glaube es funktioniert jedenfalls nicht mit dem Teil Irgendwie hab ich das Gefühl dass es nichts wird Tuffel zum Thema Ich verlasse mich nie wieder auf dein Gefühl Okay das Teil ausmachen Wäre schon mal ein guter Anfang Loll Selfmord Okay Ach Gott ich bin du Gott Shit Äh holst du das Teil Alter Oh ist ja ekelhaft Das ist sau ekelhaft Müssen wir da runter oder Ja klar müssen wir da runter Boah Oh Okay da ist nochmal einer Den hole ich kurz Dafür zum Thema Egal scheiße auf Jams Hauptsache wir schaffen das jetzt noch Wir haben nur noch 20 Sekunden Mach hinne Mach um Gottes willen hinne Gott da ist der Schlüssel Da ist dieser fucking Schlüssel Lauf Lauf Forrest Lauf Okay ich glaube wir haben es kaputt gemacht Du hast noch Oh nein Oh nein 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 Was 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 Das Oh mein Gott NEIN Egal jetzt können wir das ja wenigstens schonmal gut machen Das Teil rüber Du musst das Teil rüber tun Das war so knapp So scheiße knapp Ich war kurz an diesem Scheiß Schlüssel Du hast ihn nahe zu berührt Du hast ihn berührt wenn ich auch Und das Teil hat mich getrollt Al Ich spawne direkt auf dieser Sprungplattform Oh ne Scheiße ich weiß schon gar nicht mehr wo ich bin Aber what the fuck Boah das war ja nicht mehr human Gar nicht Oh ne Scheiß was war das Was ist grad eben passiert Das Spiel hat uns getrollt Aber nicht ne Trollen das ist schon ein ganz anderer Level von Verarschen Das war Rickroll Troll gemischt mit Goatze Für alle Leute die sich im Internet auskennen Nein Gag lebe hoch Ja So das ist aber kein Problem das Teil ausmachen Goat Ich zitter einfach noch von der letzten Runde weil ich so angespannt war Ich war gar nicht angespannt ich hatte einen what the fuck Anfall Und mein Froggy Dein Froggy hat uns schon so auf den Arsch gerettet Ich hab auch so oft schon gekillt ne Ja So Oh nein Das ist echt die fieseste Stelle in dem Level Und da unten rags weiter ich versuch den Jam Oh das ist ja richtig ekelhaft Besonders wenn es auf Zeit geht Aber Woher hast du Lol Ich hab den Jam bekommen Ich hab nicht mehr was dafür gemacht Ich hab da oben den Jam Geholt Deswegen Achso ne ich hab den da unten auch bekommen Hatten wir den schon oder Ne Ich weiß nicht Hatten wir ihn? Nein Ok renn durch Renn durch Wir haben noch Zeit Renn durch auf das Volk neu holen Wo ist das? Ja ok gut Wo ist das? Das ist direkt vor einem Wiese Alter Wuh Wuh Warum bin ich Genau gleich gefoltert Wir sind genau gleich gut gewesen Amos Ah das war wirklich Ne ich bin einen Balken höher glaub ich oder? Nein Genau gleich Bei mir bin ich einen Balken höher Mir nicht Mohaha Alter War das ne Zitterorgie Hääähähäh Hähähähähä Hähähähähäh mit Hattie und meine Freunde. Sie werden gut. Und dann werde ich mir einen schönen Tag machen. Ich zeige diese Katze meine Lieblingsfinger. Und dann werde ich wie Horseturds. Und dann schaue ich die Straße. Aber ich bin nicht Sie. Und Sie sind nicht Horseturds. Nein, Sirs. Sie sind die sehr definitionen der Katze-TJs. Und zu sagen, diese Katze sind wirklich bizarren. Warum sind sie hier? Ich meine, ich habe meine Theorie. Vielleicht sind sie von einem anderen Welt. Vielleicht sind sie ihre Genetik-Experiment. Oder könnte es sein, dass sie einmal normalen Kitties waren? Normal Kitties who evolved into the strange, unpleasent creatures we see before us? These hideously adorable abominations with their beady eyeballs. Giant, bloodthirsty, tiny mouthfang, slashy pawclaws, and stanky funk breath. Plus, they're awfully rude and crabby. I think they all need girlfriends or something. I'm a cat, see? I'm grouchy, see? I like to run around all day and hurt people's feelings, see? But don't take them lightly. Although sassy and lazy by nature, their cats are awfully crafty. And finding a weak spot in that bright-horned furry armor might prove difficulty. Minus the why. They're always watching, children. I see them lurking in the shadows. Lurking hard. Or hardly lurking, see? On that note, this whole theater's like a bad joke. But how did things get so bad? At one time, this theater was a nice place with flowers in every buzz and smiles on everyone's mouth. Faces. Can you believe it? I wouldn't believe it. I mean, if you told me that, I'd more than likely call you a liar and walk away and find a place to get ice cream to replenish the innocent you've had and with your filthy deceit. I like strawberry. Just keep your wits about you or you descend deeper into... That's great, man. Alter, I must be so surprised that I don't just laugh. If you liked the end, after he ate ice cream, he was even thicker and had ice cream on the mouth. Like a small thing, that's really cool. And I would say... We'll end the part, right? Yeah, we'll end the part. It's a little shorter than that, but... That's okay. Dann vielen Dank für's Anschauen und... Ja. Tschüss Leute. Bis später. Tschüss.